Ja, ist drin. Der Mann hat natürlich eine Waffe. Robin. Ich bin genockt. Ich bin schon gewesen. Komm her. Warte, komm her. Oh, liebt das gerade rein. Hey, meine Freunde, wie Öl. Trolley. Schön. Wow, das rote Haus ist offen. Okay. Das. Keine Waffe. Warte mal, ich gehe jetzt rüber und guck mal. Wir sind nichts zu verlieren. Ja, ist drin. Der hat natürlich eine Waffe. Robin. Er ist genockt. Nur gewesen. Komm her. Deine Waffe, komm her. Oh, liebt das gerade rein, meine Freunde, die Öl. Ich guck mal kurz oben. Ja. Aber jetzt sind alle Türen zu. Mal können wir unten durchgucken. Ich werde wieder eine Zweifel-Weste belohnt. Schön. Oh, alles gut. Ja, ja. Sein Kumpel war hier. Ah, okay. Na gut, also nee, es war klar. Er hat zum Klicken noch einen Crossbow gehabt. Also, ich werde wieder mit dir, dass ich, um, 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 um. habe ihn danke ich habe ein fahrzeug da mussten wir ein bisschen stecken oder ein boot ne ein boot war das das war ein boot ja ein boot komm hier hoch direkt unter uns ja alles genockt Hast du ihn? Ne, ne. Da ist er ins Wasser geschwungen. Schwimmst du mir rüber oder zu dir rüber? Ständig. Keine Ahnung. Okay. Hier unten hin da. Kann das sein, irgendwie. Bei dir drüben. Sehe ich nicht. Ne, aber... Ich habe mich nicht zu sehen. Du hast keinen Mund mehr. Er hat ihn wiederbelebt, er war doch im Wasser. Kann er da oben rauskrauchen? Keine Ahnung. Ich hab noch 60 Schuss. Ja. Die Frage gehts ja überhaupt, woher gehts da nicht hoch, oder? Ich würde die gerne looten. Dann sind wir selber da unten gefangen. Gibt's ja nicht. Gutes Boot gehört, ich hab's überhaupt nicht gehört. Fahrzeug. Fahrzeug, Fahrzeug. Direkt zu uns gefahren. Dann spüren. Dann spüren. Dann spüren. vielleicht ist er im letzten moment noch rausgesprungen aber eigentlich wo das ding explodiert ist kam bei mir eine nachricht kommen gleich die aus der stadt jetzt habe ich zwei kills gekriegt starb außerhalb des spielbereichs ja na furchtest du über uns die oberen sind welche Bist du ganz hoch jetzt, oder was? Ja. Neun Gegner noch. Oh ja, oh fuck. Waren stimmt gleich mit nur erzettet. Ok, ich seh's ja. Jetzt geht er raus. Helfst du mir? Benni? Benni bin ausgenockt. Er holt seinen Kumpel zurück. Er ist ausgenockt. Du musst in den Kreis. Jetzt killt er mich. Ich hab jetzt dritte Kill gekriegt. Sorry, aber... Kreis, ne? Ja, ich dachte, du willst die pushen oder sowas. Zu dir kommt einer hoch, gell? Ich hab's richtig gesehen, oder? Ne, warst du. Entschuldigung, warst du, warst du. Sorry. Oh, verdammt. Ja, ich hab die von da nicht richtig gesehen, deswegen bin ich links rum. Achso, achso. Ich wollte ja zu dir und hab gesehen, dass der Herr kommt, deswegen hab ich gesagt, er kommt. Geil, was machst du jetzt noch? Fack da oben. Der andere, äh, der zweite hast du gekillt, ne? Ja, ja. Okay, super. Mann. Scheiße, ey. Ich hab so viel freie Fläche hier. Da aber alleine alles. Ja. Oh, der Baum. Unten links läuft einer rüber. Über die Straße? Ja, die müssen sich gegenseitig killen. Ja, ich sag dir. Ja, der kommt hier hoch, gell? Also jetzt rechts von dir, da kommt nochmal einer. Zwei sogar. Der Typ, der Typ, der Typ und zwei... Ne, drei Einzelne. Ja. Er hat eins gerade außerhalb gestorben, ne? Ja, der ist tot. Bei Einzel sinds dann. Ja, rechts, rechts. Er hat nach links geähmt, also. Hm. Getötet wurde, er ist tot. ... ... ... ... ... ... ... Da, er guckt. Okay. Sehr schön. One and one. ... ... ... Wo krieg ich das? Weil, dass der hinter dir kommt, gell? Wo denn? Achso, oh Gott, sorry. Den Kreis hat ich voll nicht beachtet. Okay. Der ist nix mehr. Ah, der hat ab, der sitzt drin wahrscheinlich. Der zieht einfach dort fest. Der ist halt auch noch im nächsten Kreis. Der Baum dort hockt. Jetzt nicht gesehen hat, wo du bist. Alles in Ordnung. Du hast Zeit noch. Oh nein, das Schwarzohr. Da drüben am Baum. Der hat die SKS. Trifft nichts. Ja. Oh, mein Freund. Oh, schön. Wie viel Kills hast du denn gemacht? Oh, vier. Vier? Wir haben sieben. Ist doch in Ordnung. 145 Hitpoints. Oh, krass. Uiuiui. Schön gemacht, wirklich. Endlich mal. Und wir hatten nichts. Oder so fast wir nichts. Viel hatten wir nicht, sagen wir so rum genau. Aber es war ausgerechnet. Schöne Runde. Klasse. Tärung. Die cop fond. dog battery. Und zwar. Die cop gerade war Unreicht. Der Maori.